Ich mag blaue Haare! Und blaue Feuer! Wir könnten Stadtmitte auf und Platz vor machen. Was haltet ihr davon? Ich werde ihn heute in den Chat schreiben. Bitte nur Leute, die Ahnung haben, die ein gutes Gerät haben. Optimalerweise Steam. Weil wir bis Runde 100 spielen. Das dauert sonst extrem lange. Die, die diese Woche schon mitgespielt haben, bitte lasst erst mal anderen den Vortritt. Ja. Let's go. Der Code ist vollständig. Lesen wir mal, was ich geschrieben habe. Was hast du denn geschrieben? Ich war gerade weg Leute, ich bin wieder da. Was sagst du eigentlich dazu, dass wir alle zu Hause arbeiten müssen? Müssen wir doch nicht. Dark Hunter Fan, Dark Phenilos, Bazzillo und Dark Hunter RMPGX sind in diesem Raum drin. Sehr schön. Nicht ein Benjamin. Ist auch okay. Muss ja auch nicht sein. So, wir haben nicht einen einzigen Maler Schild, ne? Sooo kacke. Auch in Melvin. Auch Mano, was auch Mano. Schon voll, bei mir ist das Lärm stream. Na, aber wie gesagt, das Delay. So, say to clever board. Kann man das auf Deutsch stellen? Oh, ich habe eine Umfrage gewonnen. Geil. Eh. Auf. Schön, dass man ein Virus auf der Seite drauf. Oh, hat so ein... Na, nicht Virus. Sorry, nicht Virus. Werbung. Schlechte Werbung. I'm speaking Deutsch. Hallo. Denking. Ich hatte ja gesagt, ich spiele Deutsch. I'm speaking Deutsch. Let's go. Sprechst du Deutsch? Wieso hat er gleich Gwendoline? Achso, weil er Geld gespendet hat. Hier ist auch ein bisschen was. Spiel Sleep King. Slap King. Hast du geschrieben? Also, ich weiß kein Spiel. Ich war der, der Kegel gemalt hat. Ich habe so viel zu machen an Hausi und... Hopp, hopp. Machst du morgen wieder stream? Keine Ahnung. Mal schauen. Kugel-Echse. Ja, sicherlich. Ja, und du? Cool, ich auch. Toll, was würdest du wissen? Ähm... Spielen wir Koop? Geht's dir nicht gut? Doch, aber ich will Koop spielen. Wieso sollte ich zu dir kommen? Ich will mit dir Koop spielen. Cool, ich auch mit dir. Nice. Geht doch. Machst du... Verdammt. Ey, ich fass mich mal an. Ich bin wörtwörtlich heiß. Was? Machst du Raum oder ich? Nein. Catrin und... Bin... 15. Was? Ach so. Ja. Okay. Clever Bot. So, wir haben auch gleich genug Geld für Gwendolyn. Wir setzen sie gleich. Bist du ein Mädchen? Immer. Naja. Nur die Hälfte des Tages. Ich will nur wissen, wie du so tickst. Mit zwei Zeigern. Jetzt entstanden am Tag. Sind wir doch. Ich auch so. Das ist bescheuert. Bloß nur für einen Teil Adora zu kaufen. Ja. Ja. Ja, ich finde heute ist ein schöner Tag. Ab morgen ist ja Kontaktsperre. Ne, es ist kalt und dunkle und Fußball ist zu Ende. Hast du Corona? Ja, ist es. Cool. Frag mal bitte, was happened with Ben oder was geschah mit Ben? Was geschah mit Ben? Was geschah mit Ben? Er ist tot. Oh mein Gott. Okay. Really? So. Ich hätte auch ganz gerne eine Planentage, aber ich glaube ich werde es die P4 erstmal geben. Mal die Kohle. Dass er eine Bank bauen kann. Yeah. Yeah. Biddy Bees. Wie findest du Agario? Fragezeichen. Hat Spongebob geschrieben. Du bist halt ein Mädchen. Was soll man da sagen? Hahaha. 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 Okay. Okay. Hahaha. 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 Hey Chaos Kuddy Turner. Hey Florian. Hey Biddy. Hahaha. Hahaha. Wie lange reichen alle mit eurem Ruhe stand? Was ist das denn für ne Frage alter? Leute. Schlechte Werbung. Wurdest du im Fernandot zu kaufen? Ja. Habe ich dir gerade schon beantwortet. Ich bin gerade so glücklich, dass du meinen Namen gefeiert hast. Was? Wurz. 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 okay ich auch verteile teile teile seine videos die sind extrem gut war jetzt kurze wasser finde ich witzig war lustig was machen wir jetzt videos von dark hunter zusammen anschauen eher selten was ist dein lieblings essen fallen die gute namen ein und wer was bist du am liebsten nudeln was spielst du gerne ist du was am liebsten kennst du die drei messe war für mich hat den ersten gesehen den zweiten nicht okay klar wurde es doof was ist hier die die was ist das und da ist von fünf was muss ich hier tun das ist ein rätsel spielen das benötigt harte konzentration von uns gerade ich habe 100 futter gegessen bauchweh bekommen und weiß nicht wie ich jetzt noch hackfleisch erst einmal zu kotzen tust halt nicht manchmal 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 seit herrn und doof muss man sagen oder keine starren über steams spielen grundsätzlich ja kommen alle korb und auf youtube ja du musst erraten was das ist okay du musst ja auch so dass er okay keine lust Weiß mal gucke ich lecker auch keine Lust Warte genug Anders gemacht Lieblings Pizza Pizza mit anders ein NoGo Ich liebe Hawaii ja Pizza Hawaii ist sehr lecker Warum sind die Blumen so klein aus? Wird sich ein klein in den Chat schreiben Kann mit ja spielen Obwohl man am Handy spielt und nicht am PC Ja Kann man Die erste Runde 63 Wir haben noch 37 Runden vor uns Wir haben euch schon ziemlich viele Ziemlich viele U-Boote Spielst du bitte die Balls? Ich habe einen angeschmied gemacht Danach hat es mir gereicht Hawaii ist beste Nicht unbedingt beste Aber auch schon sehr lecker Muss man sagen Für mich zumindest Für die Pizza müsste aber auch sehr lecker Mit Schinken, Salami, Pilze und Pepperoni Finde ich auch sehr gut Kannst du mal Kahot mit dem Spiel Was ist Kahot? Sagt mir nix Make learning awesome Das Spiel von der Leiter bei Firmen betrieben wird So wird Das Spiel von der Leiter bei mir ist es nicht Das Spiel von der Leiter bei mir ist es auch sehr lecker Aber das ist immer Geschmackssache für jeden Einzelnen So jede Fälle für sich entscheiden was gut ist und was nicht Wir haben schon 23.000 Gold dadurch kreiert, das ist auch sehr nice. Die Zünste Margarita. Kann man essen, aber ist halt sehr langweilig. Wann gehst du aufs Club? Bist du eher in 37er oder 29er? Was? Was ist das für eine Frage? Magst du Fortnite? Überhaupt nicht. Kein Fan von Fortnite. Ich denke, jetzt sind wir locker hinkriegen, oder? Korb spielen wir gerade, Olga, wie du siehst. Kannst du Plug-In? Wir haben ja schon ein Let's Play Show gemacht, Lukas, vor einigen Jahren. Ausdruckzeichen Projekte. Da einfach mal zu P runterscrollen. Was ist jetzt so von Vegetariern und Veganern? Sollen sie tun, was sie möchten? Solange sie andere damit nicht beeinflussen, überreden wollen oder sonstig beeinflussen, können sie ihr eigenes Leben leben, wie sie möchten. Das Schlimmste, was ich finde, sind Veganer-Eltern, die ihr Kind vegan ernähren wollen. Diesen Leuten sollte man das Kind tatsächlich, bin ich der Meinung, wegnehmen, weil ein Veganer-Lebensstil für Kinder nicht gut ist. Das ist meine derzeitige Einschätzung. Kennst du Pony-Clicker? Nee. Mein Littl Pony, mein Littl Pony, mein Littl Pony. Oh, mein Freundschaft. Ich mag mein Littl Pony. Das ist eine coole Serie, finde ich. Warum kann man die drehen? Ein zweites Pony. Was bringt mir das? Mehr Ponys bringen mehr Ponys, oder? Was ist das? Fünf pro Sekunde. Wow. Plug-in ist in China gebannt. Wundert mich nicht. Was macht das eigentlich? Generalize One Smile Per Pony. Ah ja, okay. Jedes Pony bringt jetzt also mehr pro Sekunde. Kann ich ihn noch hinsetzen, irgendwie? Ja, machen wir das genau, haben wir schon jetzt. Wir machen eine Feuerkugel hin. Ich kenne die kleine Musteraktivität, aber ich habe über eine Million Muster Alchemisten Meister platzen lassen. Dann einfach erneut versuchen. Die Kinder haben auch die ganzen Nährstoffe, die kriegen sie aus tierischen Produkten. Ja, das ist einfach nicht natürlich. So, Party! Generalize One Smile Per Friendship. Also jede Freundschaft bringt mir jetzt einen mehr. Booping Assistant. 20 pro Sekunde. 22 pro Sekunde. Sehr nice. Hey, Thamer. Welchen älterst du? Ich habe Gwendoline. Wer bist du bei Gugling? Hab ich aufgehört. So, nehmen Beispiel mal was anderes. Kannst du mir einen Tipp für um Platz war auf Ende der Straße? Guck dir mal ein Video an, da zu Marc. Auf meinem Kanal. Hi Alexander. Und welcher mag seine Maus und Tastatur? Die Maus ist von... Nexus. Und die Tastatur von Sherry. Beides Silent Produkte. Das heißt also... Leise Produkte. Warten wir auf Parade. Each Parade genuerts 11 miles per second. Wurdest du auch mal COD War Zone spielen? Hm... Und wahrscheinlich bin kein Battle Royale Fan. So wie ich das gesehen habe, ist das Battle Royale Game. Wer ist mit DB Legends? Ausruktion angespielt 1. Ihr dürft gerne vorschlagen, falls DB Legends ein ähm... Game ist zum Anspielen. Bonessearch... Yeah... Friendship... 36... 39... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Mehr Ponys. Mehr Ponys. Ein Hexagon ist das schon... Nee, kein Hexagon. Ist ein Pentagramm. cool ich selbst so interessant interessant ja ja was hast du denn da aha da kann das ein netz player auf youtube ist täglich der beinigung für seine zuschauer freizugeben darunter die kopfler sind eigentlich stets im bereich der besondere muss wie auch random und mit dem tolligen armen matches das netzwerk partner und verdient hier dann mal die eine und wir haben den täglichen strom liefern wir hatten das den kreiert das alt dass diese artige ist unglaublich alt magst du ich habe damals sehr viel gespielt ja wer ist mit albion online auslöser angespielt 1 da gibt es eine liste da könnt ihr oder ein formular da könnt ihr das eintragen magst du das war sehr knapp gewesen wir haben große probleme gegen links derzeit gegen dds jetzt haben wir nicht zu gehen jetzt gegen dds er kann keine tarn sehen nicht mal affendorf doch kann haben das heißt er braucht im fall sondern aber der robo ab und wie sowas die sind mal da oben ich habe die nachricht noch mal ist ich habe keine lust zu scrollen nicht zu faul parades parades poni die kohle mal da kriegen wir ein apache plan zusammen sollte nicht unwahrscheinlich sein ja gut das ist halt ein clicker game wird super langweilig finde ich ich habe ja kein bock mehr drauf so schnell geht es zu ende herr marcus magst du harry potter geht so machst du ein paar gucken dann schauen wir mal die linie zwischen den polis sind die friendships ja ok kann man auch als mobilspielen wir haben zwar schon mal gut wenn ich dann darüber ballern auch sehr nice was ist der lieblingsfilm reihe und vor 8 gute frage gibt viel zu viel kann mich nicht spezifizieren handy lox und namens dark spike weil sie langweilig heuerlava die nach dem erotik game wir finden sich human evolution evolutions kenne ich gar nicht was das film spiel wenn du bt6 nicht hättest wieviel musst du maximal dafür zahlen wenn ich bt5 kenne sicherlich 20 30 euro spiel schon sehr gut die sind ja einfach nur durchgerusht was war da denn los ach so wegen den u-booten p2 bist du gar nicht clever warum aber auch mal p2 das nicht hierhin gesetzt die u-boote verstehe ich nicht weil ist doch klar du kannst hier nicht angreifen würdest du dich hinsetzen könntest du fast die ganze strecke angreifen das ist komisch p2 ok du hast doch schon ein bisschen auf der map oder nicht im koop ender ich habe es schon dreimal geschaut du hast es nicht noch nicht gelesen ja dann wenn du dich einfach mit schützt und es in regelmäßigen abschritten schreibst bis ich es lese human evolution ist das spiel was schnell süchtig macht und es kostenlos koste spiele bin ich immer so angeturnt stammes geschichte der menschen wenn ich sowas schon wieder sehe a b b krieg so viel langweiler bei dem spiel jedes klick ist grundsätzlich ziemlich langweilig tut mir leid aber es ist leider so tut mir leid so so Wie viele Beef Beasts da sind, der Holy. Das werden wir nie hinkriegen, da bin ich mal gespannt. Welche Begriffe müssen wir wissen, wie alt du bist und so weiter auswitzenden, Fragen Banane. Kennst du Tabletons? Ja, angespielt schon. Klick-Alios habe ich auch schon in Let's Played, also was heißt Projekte, ich bin zum Platz Bayer. Ach so, Armutsmeister finde ich den OP, da habe ich leider kein Geld für, ich habe das Geld, die meine Anleitung wieder gespendet. Aber scheinbar sollte ich lieber selbst investieren. Ich würde das vielleicht so einen Subkommandant setzen, aber der kostet 30.000 auch sehr teuer. Flash Royale habe ich jetzt Played, auswitzenden Projekte. Was hast du für einen Schildabschluss? Realschildabschluss. Ah, wir finden immer noch 7.000. Reicht leider nicht. War, kann der jetzt auch nicht so allzu stark ist. Aber er hat schon 170.000 Chang'e, was auch nicht verkehrt. War dann noch 7.000. Sonst kann ich hier leider nicht viel machen. Das können wir für zu 21.000 noch machen. Ah, sprich, das ist auch zu teuer. Moabdruck. Das spielt auch nicht allzu viel. Naja, wenn Bazzillo jetzt noch... Ja, wunderbar. Teamwork, Leute. Teamwork. Wird aber... Mal gucken, ob es hilft. Kennst du die Bude von Panem? Ja, kenne ich. Ich habe Hunger Games gesehen. Catching Fighter anscheinend nicht mehr. Schöne was spielt denn mit jedem Spieler sein? Ich habe nichts zu probieren. Oh ja! Ich habe auch Angst. Wenn ein 하기ster jemanden garren confirms Namen. chaeinchen? Okay, buث. wo schimmer verbrannt hunderttausend schaden an einer runde okay magst du selber ja hey und lass mir geht es gut und hier da ist der bad der mini bad eine 013 reißnagelwerfer als insta affe sehr schön und 66 doll als belohung kriegen wir doch so viel hey plasmann es geht ab und wir haben gleich noch 9258 erfahrungspunkte